Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von World of Buildings. Diese Folge wird aus zwei Teilen bestehen. In der ersten zeige ich erstmal, was jetzt auf dem Sauer geschehen ist. Bei mir ist jetzt nicht so viel geschehen, ich habe, oder beziehungsweise geht so. Ich habe die zwei Turme jetzt fertig gebaut und auf der linken Seite das Dach. Und heute möchte ich mir auch noch mit euch vornehmen, das rechte Dach zu bauen, aber ich bin rechten Turm auch soweit fertig. Von innen hat sich jetzt nicht so viel verändert, es hat noch ein bisschen mehr Struktur bekommen. Und ich werde für auch noch heute einen Korallenriff. Es wurde schon ein Korallenriff gesucht, aber ich muss jetzt dorthin fliegen und ein paar Korallen mir schnappen. Da ich dies halt für die Zitadelle ein bisschen was brauche, also das ist nur so ein kleiner Teil, aber ich brauche es halt. Aber ja, jetzt zeige ich euch erstmal, was die anderen so gemacht haben. So, wir fangen mal direkt mit dem guten Tim an, denn er hat jetzt das Haus hier fertig gebaut. Und er hat einen richtig geilen Kamin gebaut aus diesen neuen, ähm, ich weiß nicht, Schwarzstein, heißen nicht Schwarzstein oder so. Äh, ja, auf dem hat er da einen Kamin gebaut, den ich übelst nice finde. Was er passt auch vor allem zu diesem Stil vom Haus. Und innen hat er halt diesen Kamin noch auch gebaut, was auf jeden Fall sehr detailreich ist. Auch wenn er hier ein bisschen dünn ist, aber es passt. Beim Spawn, das Haus ist ja nicht fertig gebaut von außen. Das hat ja jetzt nur noch diese Seite gefehlt und der hat ja auch irgendwie so einen riesen Garten gebaut. Ich weiß nicht, was ich da reinbauen möchte, aber ich glaube innen ist es noch nicht so weit gebaut worden. Ähm, ja, von innen hat er hier glaube ich schon ein bisschen was gemacht und das sieht auch ganz so nice aus eigentlich. Aber noch ein bisschen gestalten muss er auf jeden Fall noch. Das hat auf jeden Fall noch einiges zu tun. Bei diesem Haus hier getan, denn der gute Aspen hat auf, Olf, hat einen 24 Stunden Stream gemacht und hat da auch einige Zeit hier in World of Billings verbracht. Und er hat unter anderem diesen Bruni hier gebaut und sein Haus richtig gut eingerichtet. Also das sieht auf jeden Fall jetzt viel, nicht bunter, aber geräumiger aus. Ja, eins von beiden würde ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr stark. Innen hat er glaube ich, ja, ähm, innen. Oben hat er auch noch ganz stark eingerichtet. Also der hatte auf jeden Fall sehr gute Ideen. Vor allem nicht ein Spiegel finde ich hier nice mit dem Banner. Das soll glaube ich der Dusche sein. Dann hat er noch jetzt diese Wege hier mit die von Justin am Anfang verbunden. Nun hat, die haben ja auch hier das hier gebaut, was ich noch nicht ganz weiß, was das hier ist, aber das soll anscheinend sein, was so ein bisschen modernen Look hat. Das ist auf jeden Fall jetzt so ihr nächstes Ziel, was sie hier fertig bauen wollen. Aber auch der gute Ivo hat das hier gebaut, was, oder ist gerade noch am Bauen. Das ist so eine Verbindung vom Nether, dann ist hier so nicht ausgeleuchtet. Ich meine natürlich, hier sind so ein Endteil. Gefällt mir schon ganz sehr und ich hatte auch seine Beacons. Ich bin gespannt, wie es später aussieht. Geht es erstmal für mich einen Korallenriff suchen, beziehungsweise es wird ja schon eins gefunden. Ich muss jetzt erstmal die Koordinaten raussuchen, weil es wurde in eine Info geschrieben. So, damit bin ich jetzt damit fertig, dann kann ich als nächstes hier den Boden reinmachen, aber ich mache jetzt für den Abschluss der Folge jetzt noch das Dach fertig. Und wir sehen uns dann einfach, wenn es fertig ist. So, Leute, das Dach ist jetzt auch soweit fertig. Jetzt ist dann, oh nein, 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 ist okay, ist okay. Jetzt, das sieht es von vorne so weit aus und ist eigentlich jetzt soweit fertig. Ich kann es auch gleich mal anfangen, hier Wasser einzulassen, aber jetzt kann ich dann, denke ich, in der nächsten Folge oder so, oder? Ich werde, denke ich werde, dass ich jetzt hier den Boden einfüge und dann noch ein bisschen die Außenmauer hier an der Seite. Ich werde es noch weiter bauen, aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal.